Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Das Thema Rente wird uns sicher das ganze Jahr 2017 begleiten. Eines der wichtigsten Themen auch ganz sicher im Bundestagswahlkampf. Die Rentenversicherung hat jetzt heute oder gestern von einer falschen Wahlstrategie gewarnt und hat gesagt, die jetzt altersarm sind, würde auch eine Heraufsetzung quasi der Rentengrundsicherung nicht viel helfen. Sie hat gleichzeitig gefordert, dass Selbständige künftig in die Rentenversicherung einzahlen sollen. Letzteres unterstützen wir ausdrücklich. Wir brauchen praktisch eine andere Versicherungsbasis. Selbständige, aber auch Beamte, Politiker und so weiter sollen künftig in die Rentenversicherung einzahlen nach unserem Konzept. Das würde tatsächlich zu einer Entlastung führen. Die Richtung, die aber hier die Rentenversicherung einschlägt, ist falsch. Es geht nicht nur um diejenigen, die jetzt arm sind, sondern die in der Zukunft arm werden. Und wir wissen, wenn die Hälfte der Versicherten, die ab 2030 in Rente gehen, unterhalb der Grundsicherung von rund 780 Euro liegen, dann wird Altersarmut in der Zukunft zur Normalität. Und selbstverständlich würde sowohl den heutigen Armen wie den künftigen Armen eine Heraufsetzung der Rentengrundsicherung erheblich nützen. Wir haben unser Rentenkonzept genau danach ausgerichtet. Wir müssen zurück zu 53 Prozent. Das würde in der Tat im Durchschnittsrentler 130 Euro im Monat mehr bringen. Und das ist bei einem durchschnittlichen Rentenniveau von Frauen knapp unter 600 Euro im Monat und bei Männern knapp unter 1.000 Euro im Monat keine Kleinigkeit. Daneben sind wir der Meinung, dass natürlich sich die Niedriglohnjahre in diesem Bereich ganz negativ bemerkbar machen werden über Generationen hinweg. Und natürlich brauchen wir dort höhere Löhne, um das zu bewältigen, aber alleine das wird nicht reichen. Deswegen haben wir gesagt, man braucht sowas wie einen Niedriglohn-Ausgleich. Die Leute, die Verkäuferin sind, seit Jahren gerade mal 1.800, 1.900 Euro brutto verdienen, ganz viele Arbeiter, Erzieherinnen, andere Gruppen, die kommen in der Tat nicht auf eine auskömmliche Rente. Schon gar nicht, wenn die Rentensenkung beibehalten wird. Und dort müssen wir für einen Ausgleich sorgen. Das haben wir gemacht bei unserem Konzept. Dadurch wird eine Verkäuferin, die 1.900 Euro brutto verdient, rund 140 Euro mehr im Monat kriegen. Und ein Durchschnittsverdiener um die 3.400 Euro rum würde zu 115 Euro mehr Rente bekommen. Das sind alles Beträge, die die Leute tatsächlich in eine Lebensstandard sichrende Rente führen würden. Und wenn wir die Altersarmut ganz ernsthaft angehen wollen, dann brauchen wir eine armutsfeste Mindestrente. Da haben wir gesagt, 1.050 Euro ist das, was bei uns die Armutsgrenze definiert. Wer unter 1.050 Euro fällt im Monat, ist nach der herkömmlichen Definition arm. Außer er hat ganz andere Einkommensarten. Aber wenn er das als Einzige hat, ist er arm oder ist sie arm. Und deswegen brauchen wir eine armutsfeste Mindestrente in dieser Größenordnung. Also von daher kann ich die Aussagen der Rentenversicherung nicht wirklich nachvollziehen, weil es Rentenkonzepte politischer Parteien, zum Beispiel unserer, gibt, die tatsächlich die Leute aus der Altersarmut führen würden und vor allen Dingen vorbeugen würden, dass nicht Millionen Menschen künftig in die Altersarmut gehen. Das ist ja die eigentliche Tragik. Die Leute können arbeiten, so viel sie wollen. Sie kommen nicht aus der Grundsicherung raus. Und dieses Problem muss offensiv angegangen werden. Zum Thema Vermögensteuer. Ich habe ehrlich gesagt die Aussagen von SPD-Vize-Schäfer Gümbel, der sich gegen die Forderung nach einer Vermögensteuer im SPD-Wahlprogramm ausgesprochen hat, nicht verstanden. Warum die SPD tatsächlich nicht an die Geldbeutel, an die Vermögen der Reichen und Superreichen ran will, ist für mich völlig unverständlich. Damit wird absolut unglaubwürdig, dass man soziale Reformen durchsetzen will. Wenn man wirklich mehr investieren will in Bildung, in Gesundheit, in Erziehung, in die Sicherung der Sozialsysteme, in die öffentliche Infrastruktur und man geht nicht an die Reichen und Superreichen ran, dann wird das völlig unglaubwürdig. Die SPD kann den Leuten dann nicht glaubwürdig erklären, wie sie es finanzieren will, außer sie will den Normalverdienenden noch mehr Lasten aufdrücken. Das kann aber nicht der Sinn der Sache sein. Sie schlägt vor, mehr bei der Erbschaftssteuer zu machen. Natürlich verstehe ich überhaupt nicht, wie man das gegeneinander ausspielen will. Also natürlich sollen reiche Erben mehr bezahlen, aber selbst wenn man unser Konzept einer höheren Erbschaftssteuer ansetzt, würde das mal zu einer Verdoppelung von rund 4 auf 8 oder 10 Milliarden im Jahr führen. Das sind nicht die Punkte, wo man wirklich die Haupteinnahmen praktisch des Staates steigern kann, sondern das ist in Wirklichkeit die Vermögensteuer. Also unser Konzept 5 Prozent ab der zweiten Million würde rund 80 bis 100 Milliarden mehr reinspülen. Das sind ganz andere Größenordnungen. Und wenn wir nur völlig unbestritten haben, auch von der SPD, Investitionsbedarfe in Bildung von 30 Milliarden oder in Verkehrswege, in die Gesundheitsversorgung, da haben sie Beträge in einer Größenordnung, die können sie über die Erbschaftssteuer nicht finanzieren. Von daher halte ich das für völlig unglaubwürdig, was die SPD dort macht. Das verspricht auch nicht eine gemeinsame Basis für eine politische Wende. Also wer einen wirklichen Politikwechsel herbeiführen will zu mehr sozialer Politik, muss an die Vermögen der Reichen und Superreichen ran. Und ich will noch mal sagen, selbst mit unserem Konzept wird man denen gar nicht viel wegnehmen. Man würde sich nur wieder zurückholen, was die sich in den letzten 20, 25 Jahren an Vermögen angeeignet haben. Und das ist so unverschämt, was die Reichen dazubekommen haben, dass das auf die Dauer eine Gesellschaft weder sozial noch wirtschaftlich aushält. Also da muss man ran und da sollte die SPD auf alle Fälle nicht Schäfer-Gümbel folgen. Zu den Friedensverhandlungen oder zu dem Friedensgipfel in Astana, Kasachistan, Entschuldigung, nur kurze Bemerkung. Natürlich begrüßen wir das, dass hier Gespräche zwischen Russland, Iran, Türkei und Syrien stattfinden und dass auch zumindest Teile der oppositionellen Gruppen eingeladen wurden. Der Schlüssel liegt in der Tat bei diesen Ländern, nachdem die internationale Gemeinschaft hier nicht geschafft hat, eine Friedenslösung herbeizuführen. Jeder Schritt für ein Ende des Blutvergießens in Syrien muss unterstützt werden. Von daher kann man den Verhandlungen nur Erfolg wünschen. Was uns nicht so gefällt, ist, dass die kurdischen Repräsentanten der nordsyrischen Konfederation nicht eingeladen wurden. Wir setzen uns weiter für Frieden und Demokratie in Syrien ein. Dazu gehört aber auch die Anerkennung der kurdischen Existenz in Nordsyrien. Es waren gerade die Kurtinnen und Kurden, die den IS bekämpft haben und viele religiösen Gruppen auf ihrem Gebiet geschützt haben. Wenn sie jetzt bei diesen Verhandlungen unter die Räder kämen, dann wäre das nicht nur tragisch, sondern auch falsch. Zu Trump will ich jetzt gar nicht so viel sagen, da wurde am Wochenende schon alles gesagt, aber eine Aufforderung würde ich doch gar machen wollen an die Bundesregierung, nämlich ihre Wirtschaftspolitik zu ändern. Weil in der Tat kommen wir, wenn Trump auch nur einen Teil seiner protektionistischen Vorstellungen wahrmacht, mit dem einseitigen Exportmodell, das die Bundesregierung in Deutschland ökonomisch fährt, nicht weiter. Wir haben dieses Modell schon immer als falsch angeschaut. Auf die Dauer ist es nicht möglich, dass ein Land wie Deutschland Exportüberschüsse von 260 Milliarden und mehr im Jahr anhäuft. In den letzten zehn Jahren war es schon über eine Billion. Die Handelsungleichgewichte nicht nur in Europa, sondern auch weltweit werden nur noch größer. Man darf sich nicht wundern, wenn dann die falschen Reaktionen aus dem Hut gezaubert werden. Die Wirtschaft in Deutschland muss umgebaut werden auf eine stärkere, binnenmarktorientierte Wirtschaft. Wir müssen dringend die Löhne erhöhen. Wir müssen dringend die eigenen Märkte erhöhen. Wir müssen deutlich mehr private und öffentliche Investitionen generieren. Wir leben hier deutlich unter unseren Möglichkeiten. Der Wohlstand der Bevölkerung könnte bei einem anderen Wirtschaftsmodell deutlich größer sein. Die Ungleichgewichte, zu denen Deutschland in erheblichem Ausmaß beiträgt, indem es quasi auch zu wenig importiert, können so auf die Dauer nicht aufrechterhalten werden. Ich glaube, da wäre es völlig falsch, wenn die Bundesregierung jetzt den Kopf in den Sand steckt und hofft, dass quasi das Ungemach an ihnen vorübergeht und hofft, dass Trump viele Ankündigungen nicht wahr macht. Ich glaube, da wird man sich täuschen. Da hat mein Genosse Gysi recht. Im Unterschied manchmal zu den Linken machen die Rechten immer wahr, was sie ankündigen. Und Trump wird einen Großteil seiner Politik wahr machen, auch wenn sie für viele völlig widersprüchlich klingt. Aber gerade auf dem Bereich der Wirtschaftspolitik wäre eine Umkehr in Deutschland, im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung im Übrigen wohl verstanden, völlig richtig.